Hast du schon mal im Hotel Frühstück geschnurrt, ohne es zu bezahlen? Ja. Aber es ist verjährt, von daher... Okay, perfekt. Nee, hab ich noch nicht gemacht. Tatsächlich. Vorbildlich. Ja, ja, nee. Nein. Oh Gott, so peinlich. Aber am Wochenende jetzt in Berlin. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, Leute. Das ist ja wirklich peinlich. Nein, das geht schon. Vielleicht. Okay, das lassen wir gelten. Ja, jetzt, ja. Wirklich, heute. Erst am Samstag. Egal, ja. Cut the camera, halt.